Herzlich Willkommen zu Festool TV. Heute mit mir Dino. Ich darf euch heute das 18 Volt Portfolio für den Maler präsentieren mit dem Schwerpunkt auf unseren Akku Winkel Schleifer. Ein absolut ergonomisches, robustes Gerät, wo Arbeiten wie zum Beispiel das Entrosten eines Handlaufs, das Entrosten oder das Bearbeiten eines Balkongeländers angenehm machen und leicht von der Hand geht. Wir haben hier Winkel Schleifer, wo wir unsere Drehzahlen für materialgerechtes Arbeiten einstellen können und das Beste, wir haben einen gekapselten Motor für absolute Langlebigkeit. Weder Staub noch Stahlfunken können unser Motor irgendwas anhaben, also auf Langlebigkeit ausgelegt. Um euch mal zu zeigen, wie wir hier so ein Geländer bearbeiten können, würde ich das euch einfach kurz vorführen. Davor ist es wichtig, meine persönliche Schutzausrüstung anzulegen. Einmal meine Schutzbrille, einmal mein Gehörschutz. Dann sind wir auch schon bereit und können mit unseren Arbeiten beginnen. Die Maschine kommt sehr schnell zum Stehen dank der eingebauten Bremse, verhindert Verletzungen beim Auslaufen und wie wir recht schön sehen können, wir haben unsere Fläche jetzt entrostet und sie ist bereit, um meinen neuen Farbanstrich aufzubringen. Was noch ein sehr wichtiger Punkt meines Erachtens bei diesem Gerät ist, ist unser Service. Wir geben drei Jahre Garantie auf unseren Winkelschleifer. Somit fahrt ihr drei Jahre lang sorgenfrei. In diesem Sinne hoffe ich, es hat euch ein bisschen was gebracht und Spaß gemacht. Ich würde mich freuen, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Euer Dino.